Es wird investiert weltweit in Ackerflächen, weil Land wird knapp, Nahrung wird knapp. Das große Kapital hat die Sache entdeckt. Es gibt ein enormes Potenzial in Afrika. Es ist sehr attraktiv. Die Ziele sind sehr hoch. Dass man kleine Bauern von ihrem Land vertreibt und dort große, industriell organisierte Landwirtschaft betreibt. Es ist sehr attraktiv. Es ist sehr attraktiv. Wir haben ein Förder-System in der Europäischen Union, was nicht den Bauern fördert, sondern die Fläche. Das heißt, es mehr Hektar, es mehr Geld. Wenn man sich das nicht mehr hat, dann kann man etwas. 100 oder 1000 Hektar, dann kann man das. Das ist ein großer Problem. Was muss man auch sehr deutlich sagen mit korrupten Regimen? Landgrabbing gemacht wird. Das heißt, Konzerne eignen sich Land selber an, um für den europäischen Markt zu produzieren. You'll be laughing yourself all the way to the bank. Für mich ist das eine neue Welle des Kolonialismus. Und uns eines Tages teuer zu stehen kommen wird. Also wenn es ein Wähler beachtet. Ich muss das eine Bye-bye Wasser. Es ist eine schwache Liebe. Und da ist ein Gott. Und , ist mein Gott eine Sweetabout.